Moin Moin Leute, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen Supertest-Kurzes Video. Und zwar haben wir zwei Sachen heute. Einerseits Projet 4.1-Nerfs, das ist der Panzer hier. Und andernseits noch Buffs für den Ranked Reward-Panzer, den Kampfpanzer 50T. Ja, ihr habt es vielleicht hier schon noch gelesen. Denn anscheinend ist es jetzt bekannt oder kann man davon ausgehen, dass das Projet 4.1 der neue Frontline-Reward-Panzer sein wird. Aber nicht nur Frontline, sondern auch der Steelhunter- oder Sterlinger-Jäger-Modus-Reward. Weil Wargaming, so wie es aussieht, hat geplant, dass man im neuen Jahr, in 2020, zwischen diesen beiden Modi alternieren wird. Ob man jetzt dann alles immer spielen muss, um das Projet 4.1 zu kriegen oder ob es dann für den Steelhunter-Modus eine Belohnung gibt und für Frontline eine Belohnung und man kann einen von beiden nehmen, wissen wir noch nicht. Wichtig ist einfach, Projet 4.1 hat jetzt unter anderem auch das große, freie Repair-Kit gekriegt, wie es der AI Phase 1 hat. Leider Gottes gab es aber einen DPM-Nerf und der ging jetzt einfach von 1981 auf 1830 runter. Vergiss nicht, das ist immer noch ein Panzer mit einem 4-Schuss-Autoloader mit einem 4-sekündigen Interclip-Nachladezeit. Also da kann natürlich diese längere Nachladezeit schon nochmal hart an diesem Panzer wehtun. Dazu kommt, dass Wargaming sich noch dafür entschieden hat, dem Panzer 100 HP weniger zu geben. Beim letzten Mal, als dieser gebufft worden ist, wurde ja diese Platte hier verstärkt von 120 auf 140 mm und die Seitenpanzerung am Turm, ob es jetzt diese Platte oder diese sind, wissen wir nicht, von 50 auf 90 mm. Aber ja, das war es jetzt mal zu dem Panzer. Interessant zu sehen, dass Wargaming schon so früh ihre Pläne für 2020 freigibt, als wir jetzt halt Frontline und Stellanierjäger-Modus zusammen haben werden. Ich persönlich muss sagen, einerseits freue ich mich wieder auf Stellanierjäger, jedoch finde ich das nicht so toll, dass Wargaming jetzt einen Grind-Aspekt da ranbeklatscht. Finde ich jetzt persönlich schade, weil es soll ein Fun-Mode sein, ein Mode, der auch neue Spieler spielen können und Spiele, die nur diesen Modus spielen wollen, aka ein bisschen wie Fortnite, aber ja. Mal gucken, was Wargaming draus macht. Das Zweite, was wir haben, sind die Kampfpanzer 50T-Änderungen und anscheinend ist es wirklich nur eine Änderung. Im oder letztes Jahr, oder nicht letztes Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr, ein bisschen vor ein paar Monaten hat Wargaming den Kampfpanzer 50T-Ticken genervt. Sie haben neben dem DPM ein bisschen runtergeschraubt. Nicht vergessen, das ist so ein bisschen wie ein E-50, aber auch wieder nicht, weil die Wanne ist weicher, dafür ist der Turm stärker. Er hat eine 320-Alpha-Kanone, dafür aber mit 268mm Durchschlagskraft, anstatt die vom E-50-220. Also der Kampfpanzer hat legit fast so viel Durchschlagskraft wie der E-50 mit seiner Gold-Munition. Also schon ein harter Unterschied. Wargaming hat sich dafür aber entschieden, dem Panzer nochmal 200 DPM mehr zu geben, was ich eigentlich in Ordnung finde. 9,1 Sekunden Nachladezeit sind schon sehr lange, 8,3 sind da schon eher angemessener für eine 320-Alpha-Kanone. Und ich muss so sagen, bin ich auch mit einverstanden, der E-50 ist ein Rammonster mit der fetten Oberwanne, mit der guten Raumcharakteristik, mit einem ordentlichen DPM und mit einer 93-Alpha-Kanone. Dafür ist aber eher der Turm, Mau bis eigentlich sogar teilweise Schrott. Dafür hat aber der Kampfpanzer 50T, diesen 250mm-Turm. Klar, er hat seine Schwachstellen, aber dafür hat er mehr Penn, muss aber dafür auch mit ein bisschen weniger DPM arbeiten. Dafür ist er aber auch um einiges schneller und hat auch sogar eine bouncige Frontpanzerung. Jedoch die Seitenpanzerung, absolut Abfall. Das sind die beiden Sachen, die ich für euch heute habe. Ich hoffe, diese Kurznachrichten haben euch gefallen. Wenn ihr euch fragt, wo meine Analyse ist, ich habe jetzt 1.837 Boxen analysiert, vielleicht Dienstag, vielleicht Mittwoch. Kann nichts versprechen, aber hoffen wir mal. Ich musste mir noch was überlegen, wie ich da ein gutes und spannendes Intro für euch machen kann, damit euch dieses Video auch ein bisschen gefällt. Aber 1.837 Boxen haben wir ausgewertet. Eine lange Arbeit, alles auszuwerten. Danke euch für eure Hilfe, für euer Feedback und für eure Videos für die Holiday Ops-Statistik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und wenn ihr neu seid, abonnieren. Dann habt ihr immer eure Infos auf dem Silbertablett serviert. RagingRaptor.de und seine Analogien. RagingRaptor.de und seine Analogien.